Das Spiel ist eigentlich endlos, man kann immer weiter spielen, man hat immer neue Aufgaben und immer neue Herausforderungen. Wird dir das nicht langweilig? Also um ganz ehrlich zu sein, doch. Dann mache ich einfach eine Pause und zocke was anderes. Euer Christian. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020